Oh, schade. Anruf in Abwesenheit. Leider. Wollen wir mal anzeigen? Marius mit der Weste dann. Ja, doch. Das ist cool. Ehrlich? Oh, geil. Hallo? Hier ist Stefan. Hier ist Marius mit der Weste nachher. Marius! Ja, hi. Ist er das wirklich? Ja, ist Marius. Ja, wir machen gerade ein Interview. Das gibt es gar nicht. Wir haben gerade als Geld kamen wir gesagt, dass du anrufst. Sag dem mal, der soll sich auflösen. Der soll sich auflösen, habe ich gehört. Charlotte hat gesagt, der soll sich auflösen. Als Band, das hat keinen Punkt. Das ist Marius mit der Weste anfangen für uns. Was ich so komisch finde, ist die Stimme, die ich jetzt höre, auch nochmal ein Meter so hinten aufraschend. Ach ja, auch hier. Das ist ganz Stefan. Tschüss. Vielleicht ist das gar nicht Marius, ne? Kannst du denn? Dankeschön für dieses behinderte Gespräch. Wieso bist du denn so sauer jetzt? Nein, ich bin nicht sauer. Das ist doch schon die Wahrheit. Ja. Willst du Tschüss sagen zu den Zuschauern oder lieber nicht? Tschüss sagen? Ja. Doch, auf jeden Fall, ja. Sag. Tschüss. Wie heißt die Sendung? Ich weiß die Sendung nicht mal genau. Ja, dann sag ich's auch nicht. Sag doch mal bitte jetzt, fast forward. Genau. Sehr gut. Ich hab nichts gesagt. Ach. Das ist denn, стро. Ich hab nichts gehört. Ja, dann aber. Ich hab da name in einem. Fuck. O Gott.